Meine sehr verehrten Damen und Herren, die GNTR, GmbH und Kolb KG wünscht Ihnen viel Vergnügen bei der folgenden Vorstellung unserer Produkte für Groß und Klein. Und wir machen weiter mit der Burg Hochstrohgau. Warum auch immer hier Hochstrohgau liegt, keine Ahnung. Außerdem habe ich hier niemanden mit einer Maske gesehen, wird schon in Ordnung sein. Spieler generierte Karte von Lancelot. Schwierigkeitsgraduating Medium. Eine herrliche, starke Burg. Aber die Feinde sind zahlreich. Okay, sind wir auch, hoffe ich. Na gut, gucken wir es uns mal an, die herrliche, starke Burg. Gut, was herrlich ist und was stark ist, ist anscheinend eine ziemliche Ansichtssache. Aber sie ist nicht... Ja gut, man darf nicht vergessen, sie ist nicht verkehrt, was die Lage angeht. Das ist sogar eine Burg, wie man sie sich tatsächlich vorstellen könnte, einfach weil sie ans Gelände angepasst ist. Das ist jetzt schon fast eine Burg, wie sie so im Deutschen eher vorfindbar war. Einfach nur, da ist ein Hügel, bauen wir die Burg schön auf den Hügel drauf. Schön Zugang überall. Also es ist gar nicht mehr so verkehrt. Das Schöne ist tatsächlich, dass die Festung, die wir hier haben, unser Bergfried, einfach so, ja, als eigener Turm fungiert. Also es heißt jetzt nicht, der wird zu einem Pilz, aber ja, ihr wisst schon. Ansonsten gucken wir mal, was gibt es denn hier. Steine, Eisen da hinten. Das ist zwar ziemlich... Also so von Kartenerstellersicht, wenn man sich mal diesen gesamten Abschnitt hier anguckt, ist es verdammt amateurhaft gezogen. Einfach hier überall kreativ flaches Land. Hier oben klatscht ein kleines bisschen Plateau, ein kleines bisschen Hochplateau und Eisen drauf. Also das sieht wirklich sehr, sehr schlampig aus. Also so, hier betrachtet die Karte, sieht es wirklich sehr uninspiriert und einfach dahin geklatscht aus. Aber dafür das Gebiet hier, mit dem Fluss, mit den Bäumen und mit der Burg, das schaut wiederum schon relativ cool aus. Das kommt mir fast so vor, als hätte er sich bei der linken Seite so richtig angestrengt, bei der rechten... Keine Lust mehr. Flatsch. Super. Aber gut, wir... Wir haben eine Zeit bis zur... Wir haben eine Zeit bis zur Niederlage. Das ist hart. Wir haben hier noch... Okay, der Stein hier brauchen wir gar nicht. Ich glaube, das können wir gar nicht benutzen, richtig. Doch, könnten wir. Der Stein hier können wir benutzen. Das Eisen kriegen wir nur von da... Ne, Eisen kriegen wir auch hier. Dann brauchen wir uns die anderen Ressourcen gar nicht schnappen. Die brauchen wir nicht. Holz gibt es hier eine Menge. Okay, ich würde mal sagen, ich habe... Gespäht. Ich habe genug gespäht, würde ich sagen. Oh Gott, die Leute müssen erstmal komplett neu kommen. Hätte man nicht die Burg schon mal wenigstens betriebsbereit machen können oder so? Leute. Und wieder Wölfen. Der Typ hat es mit Wölfen, oder? Kann es sein? Was? Ich glaube, das ist so eine geheime Beziehung irgendwo. Und Bären. Der Typ tut es mit Wölfen. Ich habe es gesehen. Mit meinen eigenen Ohren habe ich es gesehen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ja, und die passende Musik, die Spannung... Die Musik hat mich geprägt in meiner Kindheit. Na gut, sie hat jetzt nicht meinen ganzen Charakter verändert oder so. Nicht, dass man das denkt, aber... Diese Musik hat wirklich dafür gesorgt, die war tatsächlich ein Teil der großen Stimmung, die Stronghold für mich ausgemacht hat. Wenn man tatsächlich wartet, vor allem wenn man das Spiel noch nicht so gut kennt und noch nicht weiß, oh ja, den Angriff werden wir so gut ab oder so gut ab. Sondern wenn man tatsächlich nur so mit Halbwissen im Spiel drin ist, gerade vielleicht beim ersten Mal durchspielen der Kampagne. Und man hat richtig Schiss vor dem nächsten Angriff, weil man nicht weiß, wie schlimm es sein kann. Vor allem wenn man vielleicht schon ein paar Mal wegen... Weil man einfach Anfänger jetzt aufs Maul bekommen hat. Und dann bereitet man sich einfach vor auf den nächsten Angriff und dabei kommt diese Musik. Und man merkt irgendwie, die Wirtschaft geht gerade zugrunde und alles sieht kacke aus. Das ist so der Augenblick, wo einem wirklich diese Musik richtig, richtig... Ja, das hat schon fast den Effekt, den so ein Horrorspiel auslöst. So einfach dieses Bedrückende. Beängstigende. Jetzt mach doch mal ein wenig hinne. Wir benötigen Holz. Bis hier mal alles besetzt ist. Das ist unglaublich. Hier sind ein paar... Ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht mal... Wo ist unser Kunstspeicher? Ganz hier drin. Ja, mein Freund. Ein drittes Vorratslager hätte ich gerne. Die Baumeistergilde würde ich gerne woanders hin platzieren. Genau wie da... Kirche passt, Apotheke passt, Mittelwaffenproduktion passt, Ausbildungslager... Ausbildungslager und Baumeistergeld hätte ich gerne hier draußen. Es ist viel effektiver, hier drin die Bäckereien zu haben. Vor allem, weil die Leute jetzt echt daraus... Naja, das ist viel zu ineffizient. Hier könnte ich aber Käsereien auch noch reinparken, oder? Wollen wir das? Wollen wir das? Frage ich euch. Gute Frage. Schaut mir das hier aus, ob es so anliegt. Ja. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. In diesem Gebäude gibt es keine Vermählung, Saja. Yay. So, das mache ich jetzt... Ich mache es jetzt echt mal so. Die Burg lasse ich so, wie sie ist. Aber ich gehe her und mache mal die ganzen Ausbildungslager woanders hin. Einfach nur, weil da drin der Platz wirtschaftlich viel besser genutzt wird. Punkt. Punkt darf man nicht vergessen, der ist wichtig. So, im Grunde könnte ich jetzt meine Vorratslager auch ein kleines bisschen noch mal erweitern. So dürfte es nämlich mal hinhauen. Dann hätte ich jetzt hier gerne... Wird sich fast anbieten, hier eine Mühle hinzumachen. Zack. Ich hätte es ja eigentlich so hinmachen können. Ich weiß nicht, warum ich jetzt... Na gut, es ist eh gerade kein Arbeiter da. Ich mache die Nummer neu. Es ist eigentlich schade, um den Plan... Das dürfte gehen. Es ist... In Ordnung. Eure Landschaft? Garten. Ein Baum. Ein Baum. Ich packe es einfach nicht. Das ist doch... Boah. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verändern. Da war mal ein Baum hier drin. Ah, super. Hier sind auch Brunnen. Hier sind... Auch auf Risiko hin, dass hier ein Feuer ausbricht. Aber der eine Brunnen würde uns jetzt auch nicht retten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Sehr schön. Gut, dann haben wir die zwei Mühlen hier. Dann brauchen wir die da oben nicht mehr. Komm, du bist doof. Gehst weg. Genau wie die... Genau wie die Bäckereien. Haut ab. Raus. Runter von meinem Rasen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, was ist denn... Gut, ich brauche... Wölfe greifen an, mein Lord. Ja, Häuser. Komm, dann machen wir hier. Das ist... Das ist... Da wohnen unsere Bergarbeiter drin. Habe ich auch eine offizielle Ausrede gefunden. Dass ich die Häuser jetzt außerhalb platziere. Als nächstes bräuchte ich mehr Bäckerer. Backe, 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 Kuchen. Von wegen Kuchen. Kuchen schiebe ich mir vielleicht rein. Meine dicken Hamster backen. Aber ne, hey, Bevölkerung kriegt da nix. Die kriegen Brot. Und zwar das allerletzte Brot. Das ist so... Vom Ausguss. So aus... Aus der... Das ist... Das ist so ein bisschen gepanschtes Brot. Das besteht nur zu 50% aus Teig. Die anderen 50% sind einfach so von den ganzen Plumpsklos... So Brei reingemischt. Bon Appetit. Französische Küche. Wie man sie liebt. Und kennt und schätzt. Hm, das kriege ich sogar so rein. Nö, 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 Freundchen. Humpel mal in die andere Richtung. Mhh, blöder Geist, ey. Denk, woher wär's? Das Volk ist entzügt über eure bevorstehende Vermählung, Sire. Das Volk hat gleich ein paar Hände weniger. Wenn sie anfangen zu klatschen, auf jeden Fall. So, zack, zack. Ja, komm, machen wir's so. Wie viel haben wir jetzt Bäckereien? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das haut hin. Mehr brauchen wir nicht. Und wenn glücklich. Mhh. Bertha ist auch glücklich. Und wer... Wo sind die jetzt schon wieder? Boah, immer... Diese Wolf-Sabotage. Das ist Wahnsinn. Wo sind die? Mal... Da. Mal auf die Karte achten. Hört auf damit. Die brauche ich noch. Das sind meine Sklaven. Ich könnte ja auffressen, wenn ich keine Verwendung mehr für die habe. Ich bin, ich bin sehr... Ich bin wirklich sehr liebenswerter Mensch, oder? Bin ich auch der Meinung. Hier, die Produktion, die wir hier haben, reicht eigentlich. Wir haben einmal Bögen. Du machst mir... Armbrüste. Wirst du sie eingehend erforschen? Mangel bereit, Sire. Streitkolben ist... Ne, komm, mach mir Schwerte. Mach mir Schwerte. Wenn, dann wollen wir hören. Streitkolben schützen haben. Du machst mir auch noch Armbrüste, bitte. Ansonsten... Brauchen wir eigentlich den Harnischmacher nicht hier unten. Du bringst mir das mal bitte zum Lagern, dann bist du... Obwohl, du kannst erst mal noch da bleiben. Aber ich hätte gerne hier nochmal jemanden, der mir Harnischmacher macht. So in der Nähe von den Mumus. Die Frau soll in der Nähe von den Mumus bleiben. Hm. Naja, passt schon so. Yay. Kann sich aber auch einstellen. Mach mal mal in der Zeithalberation, wenn wir das so raus. Bis die Nahrung läuft, dauert es nämlich noch ein bisschen. Bis die Nahrung läuft, das ist es dann. Das müsste aber ziemlich lange schon verdorben sein. Hier ist eine Menge. Ja, komm, die Häuser lassen wir einfach mal. Gefahr, mein Lord. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Dies Ratte. Will ich die Bierproduktion weiter ankurbeln oder reicht es, wenn hier nur wieder einfach mal eine Schenke in Betrieb ist? Mach ich da eigentlich aus, oder? Vielleicht mache ich noch eine weitere Brauerei, aber... Ich glaube, eine Schenke in Betrieb reicht eigentlich aus. Ein Maibaum und der Priesterkomm... Das war jetzt natürlich reiner Zufall. Achtung! Bin zur Stelle! Keine gestellte Szene, nein. Eure Befehle? Rücken aus! Wir sind ja nicht bei RTL. Bin zur Stelle! Die Truppen der Ratte! Oder mittlerweile bei den Öffentlich-Rechtlichen, die sind ja auch auf RTL-Niveau angekommen, größtenteils. Hm? Hallöchen. Ich glaube, unter uns ist eine Ratte. Ja. Oh, Mist, die Dinger sind gar nicht besetzt. Lässt du dich mal anklicken? Sag mal! Euer Gnaden? So, ein paar mehr. Jetzt bitte mal rein da. Äh. Die Dinger sind doch besetzt. Ich wurde verarscht. Doof. Oh. Joi, 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 joi. Schieß da rein. Schieß da rein. Macht mich glücklich. Ne, nicht nur auf den Baumeister. Nicht nur auf den Baumeister. Schön da in diese Stelle. Diese Stellus Engus. Wir haben ja irgendwo auch einen Lanzenmacher. Wir haben ja... Bist du hin? Guck mal her. Nein, nicht meine schönen Farmen. Wo sind meine Ritte? Ritter. Drei Stück. Na, na, na. Können vielleicht was bewirken? Die Ratte ist jetzt... Oh. Nein. Oh, so ein Schwertkämpfer auf den... Leck mich am Arsch. Wo ist mein Marktplatz? Da. Ja, wir haben genug Steinen. Da brauche ich mir jetzt nicht... ...was Schaut zu halten. Ach, du Scheiße. Leute, haltet sie auf. Alle Pekingiere. Randa. Warte, die Ratte hat mich grad ziemlich lieb. Boah, auch noch mit Tribacken. Und die Frau wettert die Leute zusammen von hinten. Das ist eigentlich meine Motivation. Oh, oh. Ich glaube, hier dürfen wir neu starten, die Mission. Ja, ja, ja. Es geht in die Richtung, es geht in die Richtung. Sind meine Ritte noch da? Hier habe ich noch ein paar Pekingiere. Komm, wir müssen mal alle Nahkämpfer ranziehen. Die wir kriegen können. Sag mal, was versteht ihr eigentlich nicht daran, hier in den Nahkampf zu gehen? Ach, das sind doch Schwertkämpfer. Ja, äh, 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 äh. Oh, ich habe ja... Pech. Will ich hier runter gießen? Äh, äh, äh. Alter Falte. Eine Botschaft der Schlange. Der Schlag. Es ist Zeit, das Zeitliche zu segnen. Ach, jetzt wäre die Schlange sogar noch gekommen, um mich zu töten. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Alter, die Ratte kann aber echt aufs Maul hauen. Ja. Ihr seid besiegt. Uh. Okay. Okay. Wir sind glüge. Medium. Ja gut. Ich spiele auf sehr schwer, das darf man nicht vergessen. Okay. Wir gehen mal auf normale Geschwindigkeit. Problem ist ja, dass das erstmal ewig dauert, bis ich mich hier halbwegs... ...eingefunden habe. Gut, dann macht mal die ganzen Wölfe weg, dass mir nicht so viel Bevölkerung von... Äh, von Flöten. Von Flöten geht. Von Flöten ist so ein Adliger mit... ...mit... ...mit einem Blasinstrument. Pass schon. Von Flöten geht. Ist ja scheiße, wenn dir die alles von Flöten geht. Von Flöten... Ah, die ganzen... Ich könnte... Ich meine, es ist zwar schön, dass ich hier so richtig tolle Päkinierer habe, die richtig superklasse und mega motiviert die Leitern umstoßen. Aber ich glaube, ich brauche die eher als Nahkämpfer, um die Gegner zurückzudrängen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. Sollen wir alles umstellen? In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Dann können wir schon mal das tun. Wie kannst du das nur tun? Wuff, wuff. 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 So. Okay. Du kommst weg. Du bist doof. Hier genauso. Ihr seid alle doof. Hier kommen wieder meine Mühlen hin. Wenigstens habe ich mittlerweile den Bogenmittel raus. Ist ja gut, liebe Kinder. Zum Befehl. Zack, zack. So hatte ich es, glaube ich, letztes Mal auch, oder? Ich denke mal. Vielleicht, ich glaube, reichen nicht drei? Ich glaube, eigentlich... Wuhuhuhuhu. Jawohl. Wisst ihr was? Scheiß auf Bier. Nein, 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 nein. Da habe ich lieber mehr getragen. Da habe ich lieber, dass das andere erstmal rund läuft. Gehtreide, das heißt Gehtreide, nicht Stehtreide. Deswegen muss es laufen. Wir benötigen Holz. Ah. Kommt ein bisschen mehr. Noch eine dritte dazu. Ansonsten, die Farm können wir eigentlich belassen. Das macht mich ganz glücklich. Und hier das Zeug. Weg. Pfui. Pfui. Deibel. Ich das schon sehe. Die Religion bringt mir nicht viel, oder? Das vollkuldigt euch, Sire. Unser Schatzkammer lehrt sich. Das vollkuldigt euch, Sire. Erstmal. Genau, lieber Holzfälder. Wölfe greifen an, my Lord. Er machte sich keinen Hehl aus dem Mehl. Hm. 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 Das macht mich das Ganze hier gerade nicht glücklich. Mh-mh. Nee, wirklich nicht. Gott, Leute, kommt doch mal schneller. Im wahrsten Sinne des Wortes schneller kommen bedeutet schneller kommen. Schneller kommen ist gleich mehr Kinder. Ist doch egal, ob die Frau dabei Spaß hat. Hauptsache, die Bevölkerung steigt. Meine Güte, es wird mal Zeit für das erste Getreide. Hier sind irgendwo noch Wölfe unterwegs. Ich höre es. Ich höre sie. Ich habe bis jetzt sogar keine Wölfe abgeschossen. Wo sie... Da! Ich kriege dich. Waffen geschultert. So gut wie tot. Da unten haben wir ein paar Jäger. Die zwei können bleiben von mir aus. Oh, und der... Nein, fäll ihn. Nicht wieder weglaufen. Er hat Angst vorm Baum. Ey, der Baum hat ihn eingeschüchtert. Voll einfach... Naja. Das ist die Baum-Mafia, ey. Die kam jetzt so. Wisst ihr, ich muss mich anlegen mit unserem Partner, mit unserem Boss. Ich würde dir nicht raten, Holzfäller. Hau lieber wieder ab. Man hat vielleicht auch noch ein paar Schmiergelder geflossen. Unglaublich. Das Baum-Syndikat. Das Baum-Syndikat. Das Baum-Syndikat. Jetzt versuch das nochmal. Mal gucken, ob es klappt. Ne? Och Mann, du bist doch so unnötig. Guten Morgen, eure Lordschaft. Dann gehe. Den Baum nicht. Ich bin zu feige, um den Baum zu fällen. Das habe ich nur für Soldaten. Zur Stelle. Ihr geht mal alle hierher. Vorwärts, Pekinierer. Eigentlich ist das ja auch auf dem Wall so gesehen. Das darf man nicht vergessen. Ähm, Stein kommt dann bald rein. Gut. Der Geist zwischendrin auch immer noch so. Heul doch. Heul, du Scheiße. Warum müssen wir immer die Mauern einknicken, wenn man so nah dran baut? Könnte alles so viel schöner sein. Ähm, will ich hier? 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 Ja, ich will. Hiermit erkläre ich sie zum Mann. Nein! Und vor... Die Pferde sind gesattelt. Einfach auf Tonband aufnehmen, so. Schatz, heißt Schatz, bist du ein Bier? Ja, ich will. Aha, auf Tonband aufgenommen. Was nehme ich mir für die Hochzeit auf? Wusste ich's doch. Irgendwann krieg ich dich. Hm. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Ist gut. Was habt ihr vor? Steigt auf, Brüder! Wölfe greifen an, my Lord. Wo? Ich würde nur den Geist die ganze Zeit... Wo sind diese Kackwölfe? Da hinten ist einer. Achtung! Sie sind Geschichte. Tschüss. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Eigentlich, da es jetzt anfängt zu laufen, kann ich mal das hier tun. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Das geht sogar noch. Nice! Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Na, ach komm, Junge. Guten Morgen, eure Lordschaft. Gut, dann hätte ich hier jetzt gerne... Ich kriege ja ein bisschen was für Nahkämpfer zusammen, so ist es nicht. Dann hätte ich hier jetzt gerne noch einen weiteren... Bock, 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 na. Bock, 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 Bock. Noch eine weitere Waffenkammer, die können wir ja noch mit hier ersetzen. So, dann noch jemanden, der mir... ...Armbrüste macht. Dann noch einen, der mir nochmal Bögen macht. Wenn wir das Holz haben. Na, haben wir noch nicht. Das ist doch mal eine Leistung. Das dauert gar nicht so lange, bis hier... Was wünscht ihr? Können wir Waffen kaufen? Wir können Waffen kaufen. Das ist ja auch schon mal was. Yay. Wölfe greifen an, my Lord. Wo denn jetzt schon wieder... Diese blöden Viecher. Die versauen mir alles. Einfach nur alles versauen sie. Einfach nur hoffnungslos. Alles. Einfach alles kaputt. Kühl stimmen wir jetzt wohl. Kühl stimmen wir jetzt wohl.